Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Ähm, ja, wo wir jetzt zurück zum Adler-Trupp zurückgekehrt sind und jetzt mit denen noch quatschen werden. Dann haben wir jetzt alles. Der Vorrat war leer. Aber wir kriegen das auch so hin. Ihr dürft wegen mir nicht verhungern. Geht ruhig. Nein! Jax, du sagst, Rheinklang hat jetzt schon nicht genug, um alle aufzunehmen. Und mal. Ich lasse meinen Bruder nicht zurück. In Rheinklang ist er sicher. Und der Rest von euch kann nach Hause. Das ist die einzige echte Option. Das wird dem Kor nicht gefallen. Aber was, wenn ich für ihn bürge? Wenn ich ihm zu essen gebe? Das könnte klappen. Natürlich nur, wenn Corrie das will. Nein! Ihr nehmt ihn nicht mit! Sokora? Das ist wohl die beste Option. Hier draußen bin ich nur eine Last. Das ist mein Wille. Lass mich mit ihm gehen. Wenn du unbedingt willst. Aber Bruder, das bedeutet nicht das Ende für uns. Ich besuche dich in Rheinklang. Und weder Utaru noch Tenakt können mich aufhalten. Das würde ich ihnen auch nicht raten. Ich bleib hier und helfe ihnen packen. Dann nehm ich Corrie mit mir. Du hast Kraft und Weisheit gezeigt. Das sieht man nicht oft. Ich danke dir. Und sie sicher auch. Entfernt Kriegsvorräte. Mal 5 Skillpunkte wieder. Sichtbemalung Frankeschalten. Tenakt Schützerin. So, Nebenquest. Das ist bei mir eine Basis. Das will ich nicht. Das hier. Gib dich zum Tunnel. Das hier, ne? Äh, Lagerfeuer, Lagerfeuer. Wir wollen zum Lagerfeuer. So. Okay. Ich will doch nicht zu Demeter. Warum hat er mir Demeters Dings jetzt reingemacht? Ich hab doch das hier markiert. Demeter markiert, ne? Was ist hier die Markierung? Hat die Quest auch nicht genommen, ne? Hm. Mein Gott. Nimm doch die Sachen, die ich anmarkiere. Nein! Schwein! Was ist denn hier? Ich seh nix, Sonne. Okay. War das ein langer Hals? Wo? Feingesehen? Da ist der Tunnel-Eingang, den Porco verwähnt hat. Ich muss den vermissten Druck finden. Ich muss niesen. Und den Weg nach Osten freimachen. Ich nicht. Entschuldigung. Ähm. Da sind Trümmer. Aber keine Blockade oder Spur des Verklimmer. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Der macht gleich rum. Oh, dann sprengen wir mal den Feuerklimmer. Hallo, jemand hier? Ah, guck mal. Das können wir dann mal anmarkieren. Und rausziehen. Okay. Hier drin lebt noch jemand. Hier drin? Also bist du echt. Ich dachte, ich träume. Was ist passiert? Ein Schrecken im Dunkeln. Die Welt erschauderte. Eine Maschine? Ich hab's nicht gesehen. Die Karawane. Wir rannten alle. Alles stürzte ein. Krabbelte hierher. Konnte nicht entkommen. Kam jemand raus. Und fand die erste Karawane. Ja. Das hat jemand. Gott. Mein Nächstes bin ich nicht allein. tot. Du musst sofort hierher, Josch. Ich muss zuerst im Safe. Josch, nein. Wir brauchen diese Vorräte. Er ist ganz in der Nähe. Lass es. Ich kenn den Tunnel. Wie meine Wessentasche machen. Arbeit hier. Ich hab genug Zeit. Und du stürzt hier gleich ein. Ich hab mich vermisst, der Expedition. Anscheinend haben die Gräber sie erwischt. Ah. Ach. Komm schon. Du bist hier. Aua Mein Gott Der Puseli hier Wah Oh mein Gott Jetzt lass mich dein Maid killen Da oben Und schon Einer weg Maschinen bekommen Verstärkung Noch einer weg Oh wer bewirkt mich denn hier Irgendwie hab das Vieh jetzt kümmern erst Oh shit Oh shit Ah du Arschgeige Okay Ah, du dummes Wispie. Scheißaufsperrer, ne? Hammer. Ah, du dummes Wispie. Lass mich doch in Ruhe. Jetzt stirb. Wo bist du? Ne, die Gräber waren es nicht. Absolut nichts bescheides drin grad. Da hin, ach von der anderen Seite, okay, okay. Die ganzen Ressourcen hier mitnehmen. So. Wann ist noch ne Kiste? Ah, da geht's weiter. Rausziehen, das Ding. Den auch noch rausziehen. Raus. Okay. Super, das klingt super. Das klingt, äh, groß. Würde ich meinen. Oh, wow. Oh, Moment, sowas hatte ich noch nie zu tun. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Alter, was bist du? Oh, Moment. Da ist Al. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, ich geh wieder auf einen Punkt. Tschüss. Der hat Zeit schon entdeckt, Eloy. Wo ist er? Wo ist er hin? Fuck, wo ist er hin? Der zieht halt nicht alle hatten am Zaun. Der zieht halt nicht alle. Scheiße! Ich hab keine Sperre mehr. Ah, mein Gott! Ich bin betäubt! Ich bin so ripped! Oh Mistvieh! Oh, das ist doch lächerlich! Der tötet mich! Das Mistvieh! Wie willst du den machen? Der taucht ab und taucht wieder hoch. Was scheiße ist das Vieh? Oh! 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 einmal direkt oder was was willst du für die planänderung machen davon würde ich gerne wissen hier ich kaufe ab auf die helft da mal scheiße mein gott macht er auch mal wieder was anderes scheiß rumgehuppe jetzt lass mich doch da hoch mein gott dieser steinbrecher ne alter schweder der mich alter das äh hat weh ja weil absolut keine ressourcen mehr ne absolut nicht mehr scheiße ich hab doch hier eben irgendwo eine epische kiste gesehen war das gar nicht da ist und auf das ding komm komm geh auf komm geh auf ah was war man denn da außerraum Försterin ist das keine Schriftrolle hier vorne war auch nochmal Loot da auf dem Wagen müssen die Vorräte sein die der zweite Trupp bringen vorgubst kassette ich sollte sie zu ihm bringen ich muss erstmal hier ganz einen Hut aufsammeln lass mal natürlich nicht liegen ne so zack mal schnell mal wieder ein paar Speere her schade das Schwein hätte ich auch noch treffen können reichhaltiges Fleisch super die wand ist wohl beim angriff des steinbrechers eingestürzt und hat die Osseram in der Schlucht eingesperrt der Rest muss in den westlichen Tunnel der Rand sein um zur anderen Seite zu kommen wenn ich das hier sprengel kann ich das Geröll beseitigen ein Schuss mit Feuermunition auf diese Lohrefässer dürfte ausreichen Feuermunition so dann ähm kehr wieder hin zurück die nehme ich mit ja kehre wir da mal hin zurück schnell okay mal sehen wenn wir alle Tage nehmen die deren Lager nirgendwo festhängen und eine Gefahrenzulage drauflegen die der Trupp bestimmt verlangen wird du bist zurück wie läuft's mit dem Tunnel hab den Rest des Trupps gefunden eine Person lebte noch zumindest eine Zeit lang sie wurden auf dem Weg hindurch von einem Steinbrecher attackiert die Arme das stöberer Leben kann schnell enden doch das ist eine der schlimmsten Arten tja den Steinbrecher habe ich erledigt der Weg ist wieder frei ha ha ich wusste du schaffst es und äh du hast nicht vielleicht meine Kassette gefunden oder hier ist sie Licht im Dunkeln gibt's etwas das du nicht kannst hier dein versprochener Lohn nach Beseitigung der Gefahr lasse ich den Tunnel abstützen und aufräumen dann rufe ich einen anderen Trupp und bring die Expedition richtig in Schwung ha vorwärts zur Grabung Feuer und Spucke ich hab überall Sand so einen Zingulator haben wir wieder gekriegt und ja dann bedanke ich mich fürs Zuschauen wir sehen uns dann in der nächsten Folge vielen Dank und bis zum nächsten Mal tschau um und